Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist dann wieder der liebe Epic. Hallo. Und Moment mal Epic, wir schauen uns heute 33 Türe in Minecraft an und ich bin sehr gespannt. Ich kenne ja eigentlich nur die normalen Türen und die Zauntore und alles. Ich bin sehr gespannt, was da Neues ist und mal gucken, vielleicht wird es richtig toll cool. Und wir haben hier schon eine der ersten Türen und warte mal. Das ist die zweite Tür, das ist eine TNT-Tür, die ist ja cool. Ach so, Moment mal, wir laufen hier sozusagen die Türen entlang. Uh, das ist echt nice. Moment mal, die hat mir schon richtig doll gut gefallen, die Tür. Und jetzt kommen wir zur nächsten Tür und warte mal. Und? Oh, wie süß. Guck mal, da kam ein Feuerwerk, die würde ich immer machen bei meinen Türen. Und Moment mal, haben wir hier Feuer vielleicht? Und Redstone, oh okay. Okay, die ist krass. Die ist sehr, sehr krass. Aber das Feuerwerk war auch sehr, sehr nice und das Redstone, guck mal. So cool tatsächlich. Okay, das Redstone wird einfach hier vorne hingeworfen und die Tür wird geöffnet. So und so und so. Und es geht weiter zur nächsten Tür. Oh, wieder Feuerwerk. Okay, das sind meine Favorite Türen, glaube ich. Außer es kommt noch irgendwas mit Katzen. Yay. Oh, ich will drinstehen nochmal. Warte, warte, warte. Achtung. Au. Moment mal. Geht sie wieder zu? Äh, ich glaube, ich habe die Tür kaputt gemacht. Oh nein, Epic, du hast die Tür kaputt gemacht. Oh, es tut mir leid, ich repariere sie wieder, ja? Ja. Repariert. Oh Mann, okay, hier haben wir eben was mit Wasser. Und TNT dahin, TNT dahin. Und, oh. Und jetzt ist sie hier. Und explodiert es? Nee, es geht einfach auf. Okay, und ich glaube, wir müssen hier auf Wasser dann da durchschwimmen. Und. Oh, oh. Explodiert hier noch was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, hier haben wir Creeper. Oh, wie cool. Die zwei Creeper laufen einfach hinter die Tür und öffnen sie durch die Explosion. Stell dir mal vor, du hast ein Haus und dann willst du da reingehen und dann kommen da zwei Creeper und die explodieren dir die Tür auf. Moment mal. Das stimmt, das ist cool. Und jetzt kommt die nächste Tür. Oh, das ist glowstoning. Das ist auch schon sehr nice. Stell dir mal vor. Du hast so einen langen Gang und dann kommt hier überall glowstoning und dann öffnet sich alles. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Oh, hier wird alles durch Feuer, naja, kaputt gebrannt. Aber man kann ja auch nur eine Tür dann irgendwie haben, oder? Oh, das stimmt. Und Moment mal. Es geht hier weiter zur nächsten Tür. Und was ist das denn hier für eine coole Tür? Ah, das ist eine Dropper-Tür. Warte. Oh, das ist eine Treppe. Okay, und Moment mal. Das ist tatsächlich ein Dropper und wir können hier nach oben springen. Und hier geht's weiter. Warte, warte, warte. Hä? Jetzt wird hier alles orange. Und es geht weg. Das ist cool. Okay, Slime-Sprünge sind schon der Hammer. Und jetzt. Aua. Okay, warte mal. Beim ersten Mal hat es bei mir nicht funktioniert. Ich gehe jetzt hier nochmal den Slime-Sprung machen. Hallo. Und dann gehe ich hier hin. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Und ich gehe nach oben. Yay. Und ich glaube, es gibt hier wieder Feuerwerk. Guck mal. Moment mal. Sind das Iron-Bars? Ich glaube schon. Die gehen einfach zu Feuerwerk werden. Wie krass ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Und hier ist direkt die nächste Tür. Die ist ja riesig. Die Tür. Moment mal. Hä? Oh. Hier geht eine kleine Treppe nach oben. Das ist ja süß gemacht. Oh, oh. Wir müssen uns mehr beeilen. Moment mal. Epic. Oh nein. Das ist... Das... Okay. Auf die Plätze. Fertig. Und... Nein. Tür. Tür. Nein. Ja. Bin da. Tschüss. Sehr gut. Und jetzt kommt die nächste Tür. Das ist eine große Tür. Oh. Das sieht so gut aus. Richtig nice. Und zack. Die ist riesig. Die Tür. Stell dir mal vor, die hast du bei deinem Häuschen. Ja. Dann musst du auch ein echt großes Häuschen haben. Und... Oh. Bitte ping. Bitte ping. Ping. Oh. Explodiert. Okay. Sehr cool. Und die nächste Tür. Und... Moment mal. Das Schäfchen macht die Tür auf durch das TNT. Oh nein. Das ist aber Schäfchen. Okay. Warte mal. Moment mal. Epic. Ja. Ich brauche einen Moment. Warte mal. Ja. Helf mir bitte. Aua. Aua. Ich hänge hier auch drin. Epic. Pass auf. Die ganze Zeit. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hm. Na gut. Los. Los. Warte. Du gehst aus der Seite raus. Hier. Komm mal. Yay. Weiter geht's. Und es geht zur nächsten Tür. Und... Oh. Wieder TNT. Das ist cool. Das ist auch nice. Okay. Was passiert hier? Vielleicht müssen wir näher dran. Hallo. Ich habe irgendwo ein Feuerwerk gehört. Okay. Vielleicht müssen wir auch noch... Da kommt riesiges TNT runter. Huh. Hilfe. Aua. Was war das? Ich will dieses TNT noch mal sehen. Moment mal. Was war... Was... Was ist das denn? Das ist das ganze TNT, was ich jemals gesehen habe. Moment mal. Ah. Da kommt es. Und... What? Oh. Das ist richtig toll. Krass. Warte mal. Bist du da weiter unten gewesen? Ja. Ich bin runtergeplumpst. Oh. Aber da muss man nicht hin, oder? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Hier ist Wasser. Aber ich glaube, hier können wir auch drüber. Okay. Ich bin gespannt, was die nächsten Türen da so machen. Und was war bis jetzt deine Lieblingstür? Ich fand eigentlich alle Türen mit Feuerwerk richtig doll cool. Oder auch hier diese riesige TNT-Tür. Aber die Schäfchentür war auch nice. Oh, stimmt. Okay. Feuerwerk gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, bis jetzt fand ich wirklich das Riesen-TNT am coolsten. Weil wer sieht schon so ein großes TNT? Ist zwar ein bisschen gefährlich. Okay. Aber hat schon... Riesen-TNT doch mal. Oh nein. Nicht nochmal das Riesen-TNT. Ich sag dir, das stellt sich irgendwann alles wieder hier weg. Oh oh. Oh oh. Es kommt bestimmt gleich wieder. Da ist es. Das ist einfach so riesig. Oh, das stimmt. Das ist so cool. Ähm. Hier lieber nicht so viel vom... Oh. Das ist so richtig viel, ne? Gott. Epic, was machst du? Oh nein. Oh oh. Oh oh. Ich bleib hier mal lieber ein bisschen weiter weg. Wir gucken uns jetzt die nächsten Türen an. Okay. Oh ja. Und? Und bitte Tür öffnen. Oh. Ein Blitz. Okay. Das ist auch cool. Aber auch gefährlich. Okay. Ich glaube, das sieht aus wie nach TNT. Was schätzt du? Oh. Ich glaube, das ist einfach explodiert. Sehr cool. Okay. Auch so eine Riesentür einfach. Okay. Das ist jetzt eine Haustür, die würde ich ausbauen. Hä? Äh. Moment mal. Was ist denn los? Die ist einfach die ganze Zeit auf und zu gegangen und dann explodiert. Und was ist das denn hier? Oh. Das sieht cool aus. Ich hab Angst. Das ist ein richtig doch gestort. Moment mal. Ah. Da ist ein Knopflein. Hallo? Oh. Das wird zerbaut sich auf. Oh oh. 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 Okay. Moment mal. Was ist das denn? Oh. Wie cool. Hä? Wie nice. Da kommt einfach so ein Baby TNT raus. Moment mal. Kommt da nochmal ein Baby TNT? Da ist es wieder. Guck mal. Ich drehe mich. Jedes Baby TNT. Und? Bra bumm. Und? Was gibt es hier? Oh. Die Tür wechselt. Und oh. Die öffnet sich. Wie cool. Hier ist auch ein Baby TNT. Und oh. Hier geht alles nacheinander zu. Also das Baby TNT war auch schon sehr, sehr nice. Oh. Wie cool. Das TNT wird immer kleiner und explodiert dann. Okay. Da geht es hier weiter. Und oh oh. Die wird einfach weggeschwemmt. Da kommt einfach so eine riesige Welle. Moment mal. Und jetzt? War es das jetzt mit der Tür? Müssen wir die durchtauchen? Ja. Anscheinend. Oha. Und hier ist irgendwas mit Slime. Moment mal. Und es geht hoch. Und wie cool. Ich will nochmal. Das macht voll Spaß. Das ist richtig lustig. Und hallo Katja. Und hallo. Sehr cool. Okay. Dann geht es hier weiter. Zur nächsten Tür. Keine Du Quatschmacher. Hallo. Und es geht nach vorne. Warum ist das schon wieder? Oh ja. Riesen TNT. Ach du Katja. Oh oh. Nein. Und da ist ein Creeper. Oh oh. Schluss auf. Das ist so cool. Okay. Jetzt kommen wir zur nächsten Tür. Das ist die 33. Tür. Und das waren alle Türen bis jetzt einfach. Moment mal. Und hier ist ein Kuchen. Und das ist eine Lüge. Warte mal. Katja. Was ist auf? Ist das auch eine Tür? Wir wurden weggeschnitzelt. Aua. Oh und warte mal. Ich glaube das waren wirklich alle Türen. Und Epic. Moment mal. Man kann das Ganze auch nochmal komplett lang laufen. Wollen wir das nochmal machen ohne stehen zu bleiben? Oh ja. Okay Epic. Bist du bereit für den ultimativen Walk durch die ganzen Türen? Oh ja. Okay Katja. Du läufst vor und ich auf der Hinterher. Okay. Ja. Okay. Auf die Plätze. Und darf niemals stehen bleiben. Nein. Fertig. Und los. Ich laufe ganz normal einfach mal. Also nicht rennen. Okay. Das war schon mal sehr 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 gut. Okay. Dann wird das hier explodiert. Okay. Ich glaube jetzt kommt das Feuerwerk. Ja. Nice. Sehr cool. Und warte mal. Jetzt laufen wir durchs Wasser. Okay. Dann ist hier einmal der TNT. Dann ist da das TNT. Und es macht. Und. Boom. Okay. Sehr gut. Und ich glaube wir sind ein bisschen zu schnell. Ne. Perfekt. Dann geht es jetzt hier weiter. Und dann geht es hier weiter. Und. Moment mal. Die Kette. Ey. Ich glaube ich muss runter. Oh oh. Sehr cool. Okay. Dann geht es hier jetzt weiter. Und. Oh. Ich glaube jetzt muss ich sogar warten. Na gut. Gut. Dann geht es hier weiter. Und. Jetzt kommt die Explosion. Ah. Geschafft. Okay. Dann geht es jetzt hier weiter. Oh. Die Gitter. Die einfach zu Feuerwerk werden. Das ist auch sehr sehr nice. Und. Oh. Oh. Hier muss man schnell rüber. Und. Oh. Die Riesentier. Gleich kommt glaube ich auch wieder das Riesentier in T. Und. Wir schaffen es durch. Okay. Bis jetzt musste ich leider ein paar mal stehen bleiben. Aber. Oh. Wie süß das Schäfchen. Was sich so dreht auch noch. Okay. Dann geht es hier auch weiter. Aber es klappt richtig doll gut mit dem Durchlaufen. Oh. Okay. Das war knapp. Oh. Kommt jetzt das Riesentier in T. Äh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ich muss hier runter. Moment mal. Ich bin jetzt hier unten. Äh. Äh. Hier unten. Geht es auch weiter. Äh. Ich glaube hier ist irgendwas ein bisschen falsch gelaufen. Oh. Aua. Okay. Dann geht es jetzt hier weiter. Oh. Und. Bist du überhaupt noch hinter mir? Hallo. Hallo. Und. Oh. Sehr gut. Okay. Dann geht es hier weiter. Oh. Ich glaube die verschwindet hier einfach nur. Und. Sie ist weg. Oh. Die kleine Tür. Die geht die ganze Zeit auf und zu. Geht auch kaputt. Und. Ich weiß gar nicht mehr was hier passiert. Ist es einfach. Ah. Das kleine. Ah. Wie schön. Okay. Jetzt kommt das kleine TNT hier wieder raus. Und. Blum. 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 Yay. Sehr gut. Dann geht es hier weiter. Das ist richtig richtig gutes Timing. Man kann einfach weiterlaufen. Und alle alle Türen öffnen sich immer perfekt. Sehr gut. Oh. Da hast du recht. Okay. Jetzt kommt hier die Sinnflut. Und dann müssen wir natürlich durchtauchen. Oh. Ich glaube das ist einer meiner liebsten Sachen. Oh. Es ist so schön. Oh. Dann geht es hier weiter. Oh. Da kommt wieder das riesen TNT angeflogen. Und ich glaube jetzt sind wir gleich am Ende. Warte. 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 Und das ist die allerletzte Tür. Oh. Das ist so so lustig. Die ganzen Türen waren. So nice. Und das war so abwechslungsreich. Ich meine. Wir hatten manchmal TNT. Wir hatten sogar eine Flut. Wir hatten riesen TNT. Wir haben Baby TNT gehabt. Und wir haben sogar einen Kuchen gehabt. Oh. Oh. Das war wirklich richtig cool. Aua. So. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.